Super schön, guten Tag, liebe Leute, dann sind wir wieder bei Scribblio mit Christian und JanikTV. Ja, JanikTV ist der beste Kanal. Oh, ja, stimmt. Müsst ihr auch nicht abchecken. Link in der Bio. Ich bin kein Fan von diesen Wörtern. Ja, die Wörter sind schon cool, ne? Okay, krieg ich hin. Du schaffst es. Okay. Ich geb' dir gleich Dislike. Ich hab' dir schon viele. Ein, zwei, drei viele Buchstaben. Tisch. Easy. Was? Was, was? Das ist, äh... Christian, hat das wirklich das Wort? Was? Christian? Ich schreibe, äh, ich male. Na, Christian hat das Wort schon erraten. Ja, Christian hat das wirklich schon... Scheinbar ist Christian ja ziemlich cool, dass das angeht. Was? Das ist vor allem so ein langes Wort. Hä? Hä? Was? Ja. Stubenrocker. Meine Alternativen wären Sahne und fabelhaft. Da wär' ich eigentlich so weit draufgekommen. Oh nein, ich muss jetzt auch noch. Sahne wäre doch cool gewesen. Wie soll ich denn Sahne... Dann hättest du sehr kreativ werden können. Einfach ein Eis zeichnen. Ich fand meinen Stubenrocker schon sehr kreativ eigentlich. Na, wär' ich schlecht. Oh Gott, ich kann nicht zeichnen. Und das ist jetzt... Ah! Nein, 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 nochmal. Was ist das? Muss knackern. Kann man dieses Spiel eigentlich irgendwie leiser machen? Die Soundeffekte sind wirklich laut. Ja, du musst Chrome einfach aus. Ja, du musst Chrome einfach aus, tatsächlich. Warte mal, das war ganz viel zu viel auf einmal. Oben links kannst du's ausmachen. Ja, aber dann ist ja komplett aus. Ja, Chrome leiser machen unten rechts. Ja, das hab' ich schon auf 1, dann mach' ich's komplett aus. Ja, dann. Was? Ist doch nicht so laut. Das ist ein... Nein, lass mal irgendwas ja an. Die Farbe da. Ist das ein... Ist das irgendein Tier? Ja. Aber... Ich mach's mal ein bisschen oben. Ich mach's mal ein bisschen anders. Ah, ich glaub, ich weiß es. Ich hoffe nicht, dass das eine Katze ist, sonst hast du ein Problem hier. Das hab' ich sowieso. Was? Aber ist das Orange? Ja. Ja, das ist es. Ich check's nicht. Das ist halt der Raubkatze. Acht Buchstaben. Acht Buchstaben. Das ist ja das. Aber das Tiger hat doch viel mehr... Was? Kann er nicht zeichnen. Der ist halt auch Streifen. Jawoll! Was? Hä, was gibt es denn noch mit... Ja? Ja, viels! Oh mein Gott, der war... Oh mein Gott, aber der ist zu dünn. Der hat die Lasagne gefehlt, Mann. Ich kann nicht zeichnen. Entschuldigung. Aber hat der das wieder gepasst? Ach, kuck mal. Aber die Farbe war halt wichtig. Deswegen Orange. Das stimmt. Orange war wirklich wichtig. Black Screen! Ach, Paul zeichnet. Nein. Niko! Niko, mach mir na. Aufra... Äh, Hintergrund. Äh... 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 Äh? Okay... Okay... Keine Ahnung... Ähm... Ist das so irgendein... Ist das so irgendein Logo? Oh mein Gott! Oh Gott! Hahaha! Natürlich war ich die Letzte! Ja! Hahaha! Weißt du aber, als dieser eine Strich war... Alle! Ragnar! Ne, ich hatte gerade... Äh... Ich hatte schon vorher Chrom eingegeben. Oh, stimmt. Oh mein... Vier Buchstaben, okay. Bett... Hund... Hör auf zu raten! Das ist ja... Wieso? Weil vier Buchstaben finde ich... Es gibt nicht so viele Wörter mit vier Buchstaben. Stimmt, es gibt sehr wenig. Ja. Ist ein Tier. Warte, es sind fünf. Was? Nein, es sind vier. Es hat vier. Ja, ne, ich hab nicht eingegeben. So musst du das schreiben. BAM! Was ist das jetzt? Oh yeah! Der Experte! Oh Gott! Was? Ich check's nicht. Why? Ähm... So lang sind die Beine aber nicht, Janik. Was? Ich raff das nicht. Was soll das sein? Wollte ich mich verarschen? Schatz, ich... Also ich verstehe jetzt auch nicht, warum sie noch nicht drauf gekommen sind. Ich meine, es ist eigentlich jetzt ersichtlich schon gewesen. Also vom Kopf her und da... Du hättest die Mähne rosa machen müssen. Ich mach halt den Speich rosa. Niko, war das gerade dein Ernst? Oh, stimmt. Also ich weiß, warum's Point erkennt hat, weil keiner von den Mähne 6 grüne Haare hat. Danke. Bitte. Oh mein Gott. Ich hab mich an den Haaren erkannt. Ich hab einfach ein Pony gemalt mit bunten Haaren. Also nicht wegen der. Du hättest Pickie Pie Mäh machen müssen. Also bitte. Ähm... Die Chancen waren endlos und du machst eine mit grüner Mähne. So, wer schreibt denn Pferd mit Mähne? Original Characters. Das war, um Bennett zu zeigen, dass Pferd auch vier Buchstaben haben kann. Ja, weil irgendjemand hat zwischenzeitlich gesagt, das sind nur fünf und dann darf ich nicht okay Pferd. Achso. Ne, ich hab geschrieben, dass ich... Ich hab gesagt, ich hab Fisch eingegeben. Und dann hab ich gesagt, oh nein, das waren fünf Buchstaben. Oh nein. Er schwebt. Ist das ein Magier? Nein. Hat er Waffen? Ah! Keine Ahnung. Ähm... Das Ringseil ist auch mein Lieblingsseil. Was? Hä? Hä? Warum nicht? Ich check gar nichts. Warum ist es nicht springen? Oh mein Gott, es ist wirklich einfach. Oh, oder? Ja. Wow. Was ist das blaue da? Es ist ein blauer Kakao. Guck bei den Buchstaben oben. Ich hab's ja schon. Hä? Ich komm nicht drauf. Ah, Paul, nein. Janik, Janik guck. Ja, oben die Buchstaben. Ja, ich sehe die Buchstaben oben. Ist es? Küpfen? Lüpfeln? Darf ich fragen, was du da doch malen wolltest? Das blaue? Ein Frosch im Wasser. Ahhhh. Ich hatte nicht mehr viel Zeit, aber ich wollte es versuchen. Ein Frosch. Ja, weil ich hab überlegt, okay, springen sei springen. Ja, okay, ist vielleicht nicht so hüpfen, was hüpft. Der Frosch. Ein Kangaroo. Ein Hase. Kangaroo ist super schön. Jedenfalls gute Sachen. Äh. Wobei ich beim Kangaroo, glaub ich, eher springen sagen würde. Wie mach ich das denn jetzt? Ja, bei hüpfen dachte ich wirklich, naja, muss schon Frosch sein. Und beim Hase hoppeln. Eine Hüpfburg. Äh. Ist nicht so leicht. Die Hüpfburg wäre auch gegangen. Großer Stuhl. So leg ich ja auch immer mal im Bett. Uff, Gottes. Das bin ich morgens. Was? Was ist das? Oh. Ein Nagel. Oh, oh, oh. Oh, ich bin gut. Wie heißt es denn? Ach Gott, das bringt nichts. Äh. Ich hätte ehrlich gesagt, dass das von den Buchstaben hier passt. Was? Wie heißt es denn auf Deutsch? Hattet hier ne Wunde. Ne Wunde? Was? Ist ihm einmal runtergefallen zwischendurch. Was? Das verstehe ich nicht. Äh. Au. Schmerz? Ich hab Trainierin. Und ich hab Training geschrieben. Ja, das kann ich dir ja. Also Rico, welches Wort wolltest du denn auf Deutsch wissen? Training. Ich dachte Benchpress. Also das, was man da halt macht. Geh ich den? Stämmen. Das heißt glaube ich, im Deutschen wirklich einfach nur Stämmen. Stämmen. Jawoll. Ich kann dich beschreiben. Ich hab nur zwei Farben geschafft. Das sind viele Punkte für mich. Das ist kein Regenbogen, Benne. Einfach wie ich einfach von 800 auf das Doppelte jetzt wegen diesem Regenbogen gekommen bin. Crazy. Alter ist so lächerlich. Hüftig. Oh. Ein Bam, genau. Das ist ein Baum. Das ist ein Baum. Bam. Ja. Ihr müsst ein Baum. Aber was für ein Baum. Ihr müsst ein Gedulden. Es ist eine Eiche. Es ist eine Fichte. Ähm. Verdammt. Nein. Wie, wie das Wort ist Kloß? Oh, ich hab Wurzellen geschrieben. Das Wort ist Kloß. Ja, bin natürlich auch. Wir sind schon schlau. Ja, ich muss halt ein bisschen die Zeit mal schinden hier. Verstehe ich. Uh, fünf Buchstaben. Nein. Verdammt. Hm. Na ja. Was? Was? Hä? Ach so. Regen Hashtag. Regen Hashtag. Ich glaub du musst es normal schreiben. Wow. Hashtag Regen mal wieder heute. Oh ja. Hashtag Apart. Die zweite gewesen, der erst erraten hätte. So ne Scheiße. Was? Ach Gott. Diese Scheiße. Alter, what the fuck? Was ist das denn? Wie viele Buchstaben sind das? Wir werden uns alle verschreien. Ich seh's doch jetzt schon. Komm. Nein, nein. Das sieht doof aus. Zähle ich jetzt gar nicht die Buchstaben. Leonardo da Vinci. Es ist bestimmt Leonardo da Vinci. Da Vinci? Der wird so geschrieben, glaub ich. Der wird doch nicht zusammengeschrieben, oder? Ne, das nicht. Nein. Eher dann nicht. Warum sucht man sich so ein langes Wort aus? Weil's lustig ist. Will die anderen nicht sehen. Tür! Bestimmt. Fuck. Nico, nicht übertreiben. Warum nicht? Was zur Hölle? Hm. Was? Du hast nicht alle Tassen im Schrank? Nein. Atomkraftwerkarbeiter. Nico übertreibt halt nicht. Wurde mir schon mal gesagt. Oh Gott, nee, oder? Also, ich bin, bin, was? Was für Dinge sind denn da drin? Ja, Geschirr, Tassen und Teller. Das ist schon mal gut. Nein! Geschirr! 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 Du hast aufgeschrieben, dich abgeschickt noch. Fuck! Ich war nicht schnell genug. Ich bin einfach... Als er so drauf gekommen war, hab's falsch geschrieben. Oh shit. Hast du... I hate Alive? Me too. Blau! Hashtag Me too. Ente. Ente. Nein. Sechs Buchstaben. Das ist nicht Windows. Nein, das hat sieben Buchstaben. Hm. Beweis es. Ähm. Moment. Einsel. Hier. Was? Äh. Z? Was? Kein Zettel? Äh. Was? Was? Oh Gott! Ach so! Ach so! Oh! Oh! Ich weiß das! What the fuck, Alter! Oh Paul! Oh! Oh! Warum hättest du das nicht früher gemacht? Ja, hast du... Dann kriegst du noch mehr Punkte. Check's nicht. Ist aber egal, ob ich mehr Punkte kriege. Als ob ich mir so ne Formel merke. Und wo ist da Pi? Das ist irgendwas. Das ist das richtige Problem. Wo ist Pi? Deswegen. Ah. Hey, ich war erst mal cool. Oh yeah! Hey! Gerne! Bennet! Gleich dreht ich erster. Oh loo! Wir haben ja beide 2230. Oh no. Biebko und ich haben beide 1600. Ich bin dritter. Oh ja, der ist dritter tatsächlich, ja. Ja, das ist mal ein Wunder. Ja, mit 25 Punkten. Wir sind langes Wort, Christian. Oh, ich kenn diese Form. Das ist ja echt jetzt. Warum nimmst du so? Furchtbar. Hm, okay Geschirrschrank. Hast du mich grad Geschirrschrank genannt? Die Diskussion, die müht auf YannickTV. Was? Ich bin kein Schrank, ich bin ne Maschine. Äh. Ist das ein Teller? Hm. Oh Gott. Was? Nee, shit. Das ist ein Richter mit einem Hammer. Der soll im Zeitung sein. Hä? Nee. Das ist ein Selfie-Stick. Der, der Auto? Nein, der, der Zock. Ist das nicht nochmal ein Stubenhocker? Probier wie's aus. Nein. Äh. Hammer. Eine Konsole? Mit T und T. Ja, das ist ja... Paul? Was? Paul? Ja. Ist doch easy. Äh, keine Buchstaben? Ja. Hallo. P ist... Oh nein, oder? Ich hab so langsam getippt, ey. Ach. Ei, ei. Ich wollte es noch eingeben, aber die Zeit hat halt... Warte, manche sagen, ey, ich sage, ei. Warum zum Teufel sollte ich Israel malen wollen? Weil du vorhin schon nicht Luxemburg malen wolltest. Was ist das hier? Das hatte ich vorhin. Ist ein Stein, nicht Luxemburg. Segway? 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 Segway sind diese Teile, wo du dich draufstellen kannst und dann fährst du damit. Das ist ein Segway. Okay. Wow. Das kann immer noch alles sein für mich. Ja, das ist, ähm... Du hast ein Brett und ich erklär's dir danach vielleicht. Übrigens, Leute, sucht nicht nach YannickTV. Äh, das gibt es tatsächlich schon. Und was ist das? Keine Ahnung, was der da macht. Frau. Wenn ich mich als YannickTVUltimate. Hehehehe. Der Original. Nee, wo ist HD? Ja, HD. HD. YannickTVHD in Let's Play XDDD. Ja. Was? Ich könnte auch meinen Nachnamen nehmen, aber ich glaube das... Nee, lieber nicht. Versteh das nicht. Was? Äh, das ist doch logisch. Äh... 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 Ach, ich hätte doch einfach den CI gezeichnen sollen. Was? 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 Was ist das hier? Also eigentlich ist es eher so rum. GG. Äh... GG, ich hoffe keiner erwähnt es mehr. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Mein Gott, das ist ein Autogramm. Autogramm. Also ein Segway ist... Ja, das ist ein Venice Kinte neben der Frau, das verliert. Das ist ein Brett, das ist... Ja, ich dachte auch die haben seit Lehrer Schüler. Yannick? Äh, Paul? Sagway, das ist ein Brett, da sind Räder links und rechts dran. Da stellt man sich drauf und dann ist da ein großer Stab. Und darauf kann man dann fahren. Ein großer Stab. Ich zeichne ihn gleich. Nein, die haben mir... Oh, die haben mir gerade einfach sowas gegeben und das... Ich weiß nicht, wie ich das zeichnen soll. Oh, ich verliere gerade... Das ist Schnurrhaare. Yannick, mach erst einen Regentropfen. Dann... Also die Form ist der Regentropfen. Guck, ob es Schnurrhaare hat, okay? Und Pommes-Pika. Ist das Chile? Nabel? Neun Buchstaben. Neun. Da, Nabel hat auch neun Punkte. Ist das Chile? Es ist Israel, ich weiß es. Es ist ein Rap. Ich wollte auch ein Schein schreiben. Äh... Ich weiß halt nicht, wie das nicht... Ich darf halt auch nicht schreiben, das ist schlecht. Ich... Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Emma als Zweiterbeschrank. Ist das Bronze? Ich bin mir sicher, das ist ein Geschirrschrank. Was? Das ist... Ich glaube, ich errate das nicht. Das ist ein Fahrrad. Nein, das wird wahrscheinlich keiner erraten. Okay, warum das Fahrrad? Gleich ne kurze Zeit, wenn damit Paul raus weiß, was das ist. Was hat man noch? Was? Ja, das kann ich... Ah, ich... Triffen am Fahrrad ist nicht gut. Ja, ne. Ich kann's nicht, ich kann's nicht zeigen, das geht einfach nicht. Amsterdam! Amsterdam! Was? Ach, verdammt. Warum in Amsterdam? Warum kommen hier solche... Weil da war viel mit dem Fahrrad rumfährt, weil's da Gras gibt. Ey, ich hätte einfach Doktor Hans von Hamsterdam gemeint. Allein in meiner fremden Stadt. Kenn ich nicht. Als ob du den Doktor Hans von Hamsterdam nicht kennst. Ja, genau. Danke, Nikola. Okay, und jetzt sag ich nicht meinen Wort. Okay, perfekt. Ist ein Segway gewesen. Dankeschön. Ja, Niko, hast du meine tolle Erklärung verstanden? Ist das dein Wort? Ja, aber hast du meine Erklärung verstanden? Hä? Was soll das sein? Nein. Blonde Haare, das ist bestimmt weiblich. Na ja, sie sind auch lang. Ja, das ist aber trotzdem kein Argument. Easy. Was? Ist das nicht ein bisschen klein, Niko? Das Gesicht. Ah, das Gesicht. Ah. Oh mein Gott, das Gesicht ist fantastisch. Das ist ein... Ich komm nicht drauf. Und es fällt runter, nein. Ich glaub, es stinkt. Und die Person freut sich ja auch nicht wirklich. Ja, weil es stinkt. Sie sind wirklich nicht begeistert. Ja, weil sie stinken immer. Ja, ja. Ich mach doch nichts zu. Oh mein Discord ist noch offen. Machen wir das mal weg. 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 Toast. Das beißt nicht von den Farben. Das beißt nicht von den Farben. Find ich schon. Oh Gott. Oh, jetzt kann ich... Nein, jetzt hat Nico mal erst zuerst... Nach. Nach. Nacht. Ach, hol das noch mal. Okay, ich hab noch eine Chance, Nico einzuhol. Oh, oh. Die sind alle schön. Oh, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Und ich bin mal wieder absolut das Nächste. Naja, aber du warst eben noch 5 da tatsächlich, ich hab dich grad wieder eingeholt. Ich hab die Runde auch voll verkackt. Ich kann halt auch nicht schnell schreiben, ist nochmal ein Problem. Und ohne Rechtschreibfehler ist das zu wichtig. Danke! Was ist das? Hab ich doch geschrieben! Ah ne, stimmt. Das ergibt gleich Sinn, wartet noch ein bisschen. Oh, mach dem wirklich Kunstwerke. Oh, ist es kein Steppenläufer? Ach man, was? Ein bisschen viele Buchstaben. Ich hätte echt gedacht, das ist der Steppenläufer. Ich werd noch drauf, dass es Sinn gibt. Äh, was? Schweres Sturm? Keine Ahnung. Was? Hä? 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 Äh, äh, braunes Loch? Sind es da Schuhe? Ich versteh es nicht. Also für mich ist das ein Mann, der aus einem Heubein rausschreit. Und die Sonne scheint aber. Scheint glücklich zu sein. Ja. Hä, er schreit. Und? Ich schrei auch manchmal, wenn ich glücklich bin. Dann schreibst du A. Treibs. Treibs. A. A. Ja, ich hab mir ein schweres Ausruf. Oh Gott. Aber warum die Sonne? Alter. Hüste. 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 Die gibt's auch tatsächlich oft im Jungle. Was ist das? Oh mein Gott. Was? Warum? Alles klar. Übertreib halt. Übertreib halt. Alle Wörter waren Kacke. Oh Gott. Ich hatte grad noch Weihnachtsmann und Triebwerk. Ich hätte auf alles Bock gehabt. War wirklich schwierig für mich zu entscheiden. Ich muss weg. Wo ist man Atomkraftwerke? Möchtest du dich noch wahrscheiden? Was ist das so wahr? Also wer das da rät, der hat verdient zu gewinnen. Ähm. Alter, das Wort einfach. Äh. Alter, das ist um die Zimmeraden einfach. Was? Äh. Äh. Alter. Oh stimmt, Reißverschluss ist gut, aber. Ja, aber das ist viel zu kurz. Scheinbar ist auch ein H irgendwo. Und ein L. Schön, damit kann ich viel anfangen. Hä? Oh mein Gott, ich glaub ich weiß, was gemeint ist. Dann schreib es. Aber schreib's nicht falsch. Ah. Ja. Als ob sie das da raten hat. Ja, sowas. Was? Als ob einfach. Greenscreen-Jacking-Device. Ich weiß, was gemacht ist. Ja. Ach, Reißverschlussverfahren. Was ist denn ein Reißverschlussverfahren? Wo hattest du das bei der Autobahn? Du hast einen Führerschein. Ach so, das. Ach so. Geil. Wer den Führerschein hat, stellt die Frage. Auch das noch. Reißverschluss, Alter. Eieieiei. Nicht schlecht übrigens. Das ist wirklich beeindruckend auf jeden Fall. Ja, schaut auf jeden Fall bei Crispian vorbei. Und bei YannickTV. Ganz wichtig. Nein, nicht bei YannickTV. YannickTV existiert schon. Ich muss mir noch was anderes ausdenken. Dann halt YannickTVXXL. HD. Ja, genau. Let's Play. HD. Nein, bei YannickTV. YannickPlays. LP. YannickHD finde ich gut. YannickHDLPXD. Wir denken dir den perfekten Namen aus, okay? Warte mal. Super. Was. Yannick. Yannick. TV. XL. LP. HD. Liebe Zuschauer, schreibt einfach einen tollen Namen in die Kommentare. Und dann wird es der da. Genau. Dann suchen wir uns davon guten aus. Schreibt es in die Kommentare. Wir haben die Zahlen vergessen. Es sollte auch irgendwas mit Anime und Manga sein. Und am besten vielleicht auch mit Panzern. Nein, nicht unbedingt. Aber es kommt schon gut hin tatsächlich. Anime. Weep. Girl. Panzerweep. 96. Oh god. DLBXX. 69. Aber nur auf seinem OnlyFansAccount. Ja. Die ersten fünf Teilnehmer, ne, die ersten fünf Abonnenten kriegen Zugriff zum OnlyFansAccount. Ich hab keine Ahnung davon. Guck mal halt. Dann bin ich wirklich raus. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.